ihr lieben und herzlich willkommen zum dead by daylight oh gott ich gehe meine ecke ich überleg noch ein titel überleben im weltchen oder so was ich habe meine englisch ich habe keine lust auf englisch zu schreiben ich schlafe nicht möglich weil der leyen weil weil der leih nicht allein weil der leyen alleine ich weiß ich habe gar nichts gemacht irgendwie hast du dir angelockt schon weil du so gut aussiehst ja ich sehe voller dritt aus doch jeder guckt mich ein auge an geh weg ist das ekel ich will sitzen aber es geht nicht ich hab ja da nichts ich hab jetzt hochgeholfen machen wir hier das lager trotzdem ja das konnte ich ja vorhin nicht mehr ich hab fertig gebaut 34 sind nur so fünf sechs stück na die wollen dich jetzt die wollen dich jetzt einfach ähnlich und so weißt du ich habe mich schon noch ganz offen so unvorbereitet das ist schlecht ich weiß nicht nur so ich guck mal wird ihr auch nebenbei mit rein damit ich auch ein bisschen was sehe ich dir helfen ich lebe noch ich will erstmal kurz alle gut machen Ach komm, ich helfe dir jetzt, mal ganz ehrlich. Es sind nur noch ein paar. Sollen wir das Tor jetzt wieder zumachen. Hallo Lichty, willkommen im Stream. Jetzt kriegt das Tor nicht mehr zu. Das wird sofort gelesen, Sekunde. Ah. Aua, noch mehr. Bin ich jetzt fertig? Nein, immer noch nicht. Wir können nur den Chat lesen. Ist mir jetzt egal. Ähm, Kaffee raus. Hi. So, ziehen alleine. Ja, kurz. Wie geht's euch? Dann lass die da liegen, ich brauche hier einfach direkt ein Feuer. Brauchen wir die hier also weg tragen. Okay. Also, ich suche jetzt die anderen Körperchen. Ja, ich hatte auch gerade noch jemanden. Ich hab hier den Nackerei. Ja, ich hatte auch noch jemanden. Oh, Nackerei. Okay, jetzt muss ich mein Chat unbedingt öffnen. Da. Da, Feuer. Chat-o. Chat-o. Ich hab nicht... Twitch, willst du mir eine Nachricht geben? Bei mir müsste ich jetzt das bleiben. Ähm, erstmal voll daneben gelegt hier. Hallo? Biggie! Nein, nicht das Feuer löschen. Wie, Feuer löschen? Licht hat gerade geschrieben, löscht das Feuer. Ja, ja. Hey. Hey. Hey, ja. Hamburg. Okay, jetzt hab ich's schön offen. Hey, ja. Wir sind vorbereitet. Total. Ja, ja. Mhm. Nee, 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 nee. Ich hab schöne Rüstung an. Das hat sich jetzt nicht auf dem Feuer. Durch die nächste Mal. Ja, bevor wir sucht dies. Immer. Immer doch. Immer. Immer. Ich hab schon den Körper. Was will ich denn damit? Ja, ja, ja. So vorbereitet wie gestern. Genau. Darüber reden wir nicht. Oha. Oh Gott. Oh Gott. Danke, Biggie. Alter. Oha. Hab ich mich jetzt verschreckt. Pfff. Okay. Ich bin jetzt mindestens 40 Jahre gealtert gerade. Ich hatte auch schon mal einen halben Herzinfuck bei dem Game. Oha. 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 Furchtbar. Ich bin einfach danach gestorben. Was ich kann? Äh. 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 Dich im Fortnite hochnehmen. Hm. Mit Melly Survivalen kann er ganz gut. Das ist ja... Das war ein... Ich bin schon gestorben. Aber auch nur, weil ich nicht aufgefasst hab. Weil ich dumm war. Äh. Oh, hier. Knochen. Ich bin schon gestorben. Eieieiei. Ich hab... Ich hab den Waren komplett ausgeblendet. Perfekt. Gut. Juhu. Ja. 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 Ich bin wieder da. Nein. Oha. 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 Und besser наша rechte. Wie ich meine wasschbären grillen. Du... lag wasschbären. ich hieß mal wasschbären mit Brot auf Twitch. Im Aachen. Ähm. Ich frage mich. Ich's mehr nicht ernst. Dich hieß wirklich so. Brauchen stock. cularitz providerstock. machen wieder. ich geh kurz stoksten. fast gegen hausstenضرب Aachen. aber wir können eh noch nicht schlafen. Ich glaube das momenamez wird auch nichts mit dem schlafen. stock 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 gefunden noch ein wachbeer so was haben wir denn hier schönes graues t-shirt tarnfarben was kann ich denn mit ich könnte mir gleich ein wärmeanzug bauen ich brauche nur ein bisschen reh, hase und schwein habe ich das jetzt angezogen? keine ahnung mit L2 ziehst du an, mit R2 wirst du weg das weggeworfen liegt eh unter dir auf dem boden einfach also verlieren kannst du es theoretisch nicht außer sie backt weg oder du läufst weg ich komm hoch ja, mach das ich würd schon wieder hell jetzt wollen wir auch nicht mehr schlafen gehen geht sowieso nicht aber ich speichere nochmal keine knochen mehr und mein magen ist leer ich habe waschbär, komm her waschbär? ja habe ich gerade waschbär gehört? ja, hier liegt waschbär drauf ich hab ja noch was nee, es ist rohes fleisch warm aua warte mal, wie nehme ich das denn in die? ich hab, nein, ich hab nichts gemacht ahaiii, Besucher Aua 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 Aua, rennt auch halt weg wie ein Baby hier, willst du das andere Stück essen? nein, nein, ich bin voll ess du ähm mir fehlen nur so 5% oder so, also dafür esse ich das jetzt nicht achso, ok aber ich habe einen Pilz gefunden, einen kleinen noch ein kleiner Pilz Aua ich esse waschbär nächstes Mal der kam denn immer noch auf diese bescheuerte Idee Besucher der kann doch nicht weg, man der will nicht, der mag dich halt einfach nicht mehr ich mag dich aber komm her ich will dich oh alter erstmal auf die der hihihihihi was war das denn jetzt? können wir den trotzdem noch hier hinwerfen? da lässt sich das feuer durch den kopf gehen das war noch irgendwas fertig bauen eigentlich ja hier steine was steine 68 man kann immer nur fünf fragen oder wir nehmen uns diesen wagen das hat sich irgendwo geheimt noch mal warte mal kannst du mir mal kurz hilflich sein und mann ich will nicht wissen was passiert nein willst du auch nicht es gibt essen mitgebracht ja dann lege ich noch nicht auf den grill ich will ihn erst mal häkeln liegt ja schon auf dem grill ja der lichter hier der brennt ja da schlage ich jetzt nicht raus ich hab keine lust das volk ab zu machen ok helfen wir mal bitte kurz mit den stöckchen bei dem ausguck du meinst mit den steinen ein stückchen ich hab da was gebaut was stückchen braucht hier das ist aber auch stückchen noch 16 stück bambi tschüss bambi bambi war in mir drin ja aber nein ach man was ich nicht verstehen was hast du denn noch gebaut habe ich ja doof hier ach da mach ich sag das wort nicht und so was hast du denn mit bambi Ich hab keine Steine. Da packen wir Steine drauf, okay? Ja, ja, ich geh aber mal in unseren Lager, da liegen noch genug Steine. Bombi, weil ihr... ja, ja, ja. Aber nicht dieses drinnen. So ekel passiert. Wach. 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 Du sollst nicht mal mit den Lagersteinen spielen. Hey! Junge, geh weg! Wie geh weg? Also Lichti meine ich. Äh, nicht du! Äh, Moment, nicht Lichti, sondern Evo, du. Ich war schon richtig. Äh, warum soll ich weggehen? Nein. Wer kam denn auf diese Idee, sich das Ding da hinzuvor? Pack das hier in den Wagen, dann geht's ein bisschen einfacher. Junge! Ey! Was denn jetzt? Wirst du wieder von deinem Mod geärgert? Ich ban den Typen weg! Lass ihn doch auch mal... Nein! Wie soll ich dir mal sagen, was er gesagt hat? Ich hab, ich lese... Hier, ich hab doch den Chat von dir offen. Ich hab doch doch alles offen. Äh, alles offen vor allen Dingen. Alles? Ne. Hallo? Geh, geh mit Bambi, aber geh. Hä? Was? Ja, ich soll's machen. Du weißt, dass ich das mache. Aber nicht während der Aufnahme. Das kannst du dann machen, wenn das Stream beendet ist. Nein, mit dem Bandeln, hallo! Ach so, mit dem Bandeln, ich hab mit Bambi verstanden. Seid ihr gut? Seid ihr nicht gut? Blau, schwarz, essbar, rot-weiß, nicht essbar. Rot-weiß macht euren Bauch. Alles klar. Also weiß, essbar. Nein! Doch! Ach, nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Ähm, blauer Mutant? Wo? Komm rein! Komm rein! Komm rein! Oh, da! Komm rein! Perfekt! Das ist ja dein erster blauer Mutant, den du siehst, oder? Ja! Ja! Geh mal kämpfen! Viel Spaß! Nein! Ich habe Angst um meine Vieh-Zuhaftigkeit. Okay. Machen? Können die, ähm... Okay, die können das auch nicht kaputt machen. Ähm... 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 Sondern... Ah, daneben. wieder daneben heute im alter was ist denn mit dem oder mit ihr keine ahnung ist ja so offen keine ahnung will sie heuten kommen nee hier ist noch ein baby ja das baby macht auch nichts kann man kann man essen bestimmt lass mich lass mich lass mich hinter dir ich kann es leider nicht wegwerfen ich habe einen Ball. Au! Oh, Alter. Du hast das Baby verbrennt. Oh. Ähm, nett. Vor allem Verbrennen ist das Geburt. Ich finde den Kopf. Da, hier oben. Ich habe den Kopf. Ich habe die Kamera. Hier oben liegt ein Kopf. Alter. Oh. Raid. Danke für den Raid. Und willkommen Raiders. Muss es? Mach mal Shoutout Funktion. Probier mal, ob es ausgeht. Probier mal, ob es geht. Da hast du deinen Kopf. Ich gehe Steine sammeln. Jo. Mach mal. Hallo. Was soll das? Mit Add. Glaub ich. Wenn nicht. Ich würde dir gerne Shoutout geben. Aber meine Commands in letzter Zeit machen einfach das, was sie nicht sollen. Ich versuche nochmal. Sekunde. Ich versuche den nochmal komplett auszumachen und einzustellen. ja mach du mal zu mir sehr leid ich würde gerne ein shoutout geben aber es ist gar nicht möglich von twitter ein shoutout dann steht da was du gespielt hast und ein link zu deinem kanal ja mach du in ruhe pass auf dich auf ja das ist nett shoutout streamer ja einmal kurz ausschalten wieder anmachen anmachen kommand abkürzen in so versuch jetzt noch mal q bitte hier gibt es mal irgendwo einen blöden stein kommt warum wird mir das nicht angezeigt nein ich will das vorzüglich wenn es vermövert ist ja dann au 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 alter ich frau oh mein gott schrecklich schwer was ist das ich denn nicht verstehe ein blauer braut ein blauer oder nicht blau war für mich der blau aus äh wirst du mal finde es sehr die durchschnittliche zuschauer zahlen die tatsächlich in letzter zeit auch noch mehr Das ist das Einzige, was gerade fehlt. Was war das denn jetzt? War das jetzt ein Auslachen, ein Mitleidslachen oder ein Ich-bin-ein-Schmerz-Lachen? Was? Achso, du warst von mir? Ja, Q, die durchschnittliche Zu-is-Shortzeit. Das heißt, mehrere Streams mit mehr als drei Leuten oder drei Leute. Und meistens ist immer nur eine da. Das bist meistens du oder Q. Manchmal ist aber auch Rolf wieder. Selten. Aber manchmal. Mann, bist du bescheuert? Alter! Was denn? Was will ich denn schon mal gemacht? Ich mach grad einen Koffer auf und du kommst da an mir vorbeigesprungen, wie so ein Irrer. Alter, mein Herz. Alter. Ja, das wird schon. Das wird schon. Ich häng da jetzt schon... Ich glaub, fast eineinhalb Jahre dran, ne? Ein Jahr und drei Monate jetzt häng ich da dran. Ohne die Pause natürlich. Die Pause war drei Monate. Also ein Jahr häng ich jetzt insgesamt da dran. Um es zu versuchen. Ja, warte mal, halt. Das ist auch in die falsche Richtung. Da. Ich sehe noch einen Stein. Ja, ich habe welche. Ich habe welche. Warum wird gesagt, es sind 27. Was soll denn das? Da haben bloß deine zwei von sieben... Aha. Aha, stimmt. Aha, ich habe dich da gewunden. Warte, 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 warte. Da hättest gar nichts hin platziert. Doch. Nein. Das ist da oben. Guck mal hier oben. Ich wollte es da unten platzieren. Na wo? Woher? Hier. Auf der Treppe. Läuft bei dir. Und wer ist ja der... Was soll denn das jetzt heißen? Ja, wie denn? Gib mal. Der Kippsfall-Profistreamer. Ich glaub, das geht gar nicht. Doch, doch, warte, warte. Doch, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. So? Na, nicht dieses. Ich möchte das mit Steinen nehmen. Warte, ich hab das hier direkt. Da. Sieben Steinchen. Toll. Dann kann ich das Feuer hier jetzt mal kurz kaputt machen. Aufpassen. Oh, ja, ich geh Steine gucken. Steine gucken vor allem. Da, 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 da. Danke für den Follow. Und willkommen bei den Moondemons. Bei den Bösen. Entschuldigung. Oh, ne Tiefmann-Tanta. Ui. Erstmal folgen. Äh. Erstmal folgen. Äh. So. Dann muss ich mal beim nächsten Stream bei dir vorbeigucken auf jeden Fall. Hm. Hehehe. Hehehe. Jo. Okay, diese bei mir. Da. Stockbäumchen gehen wir weg. So. Ich hab die letzten drei. Dankeschön. Ah, das hat gelockt. Ich höre hier noch so ein Spinnvieh. Ja. Tschüss. Funktioniert das? Oder. Funktioniert dieser Command auch nicht? Das ist aber ein normales Spinnvieh. Äh. In der Basis. Wer hat die Tür aufgelassen? Ich nicht, bevor du mich jetzt fragst. Ich war es nicht. Ich sperre es einfach mal ein. Der funktioniert nicht? Okay, dann kümmere ich mich kurz da drum in Ruhe. Sekunde. Melly? Ja, hier. Du musst dich einmal kurz um das Ziel kümmern. Ich muss mich um meine Commands kümmern. Ja, natürlich. Okay, ich kümmere mich kurz um meine Commands. Sekunde. Melly macht das schon. Ich muss mich auch kurz versetzen. Ich habe nämlich keinen, äh, Ausdauer mehr. Ähm. Ich sitz jetzt. Hi. Willkommen. Meiner Bank. Ähm. Geh weg. Sekunde. Hä? Ich sag's jetzt. Ja, das geht überall. Na gut. Bye. Na. Okay, ich gucke kurz. Ähm. Es ist so ruhig da drüben. Äh. Ja. Also ich, ich werde jetzt sterben. Ah, ja. Der Command ist, äh, ausgestellt. Ich weiß nicht warum. Das ist so ruhig in der Basis. Okay, ah. Jetzt noch einmal versuchen, bitte. Es müsste jetzt klappen. Mittlerweile. Hallo. Oh Gott. Denk ich mal. Hoffe ich mal. Funktioniert er? Ja, er funktioniert. Und links funktionieren auch wieder im Chat. Das ist so super. Boah, ja im links im Chat funktioniert. Okay, ich kann helfen, komm. Ja, bitte. Hier läuft nämlich nur so ein Irrer rum. Ja, den mache ich gerade. Ach, ich darf nicht. Ich habe einen Schlag gegeben, der liegt. Ach, ich darf nicht. Ich darf nicht jetzt hier um... Okay, ich kann dir einen Tipp geben. Gleich. Wenn wir das für sich haben, ja. Das Viehchen, ja. Dann gebe ich dir mal einen Tipp ganz kurz, wenn mit dem Speer. Das ist scheiße jetzt. Nö, wenn du drauf stehst, kannst du sie halten. Einfach, einfach drauf schwimmen. Ja, geht nicht. Dann kannst du es halten. Geht nicht. Ey, du musst genau auf dir drauf. Versuch nur auf dir drauf. Ah, warte. Ich hatte es gerade. Na, genau so. Super. Gut gemacht. Toll, ich kriege mir jetzt die Leiche da aus unserem Fluss. Aus unserem See. Gar nicht. Ich bin an der Schlag. Ah, ne, da nicht. Oder? Ich habe den Kopf. Alles klar. Ja, du weißt, dass ich die draußen aufhänge, diese hier. Keine Sorge. Ja, ja. Ach Gott. Mit Bambi. Kein Problem. Gerne. Aha. Federn sind voll. Ach, Federn sind voll. Das hast du nichts für. Einmal Federn ab und kommen. Bitte. Ja, wo bist du? Ich bin draußen wo dabei ist. Ja, dann geh doch weg. Hier sind doch gar keine mehr. Hier sind doch gar keine mehr. Ich eh halt schon. Hä? Hier sind doch gar keine. Was hast du denn gesoffen? Ich habe gerade alle eingesammelt. Und letzten Mal, wo du die eingesammelt hattest, konnte ich die auch noch einsammeln. Ey! Das hat ja eine Reaktion bei mir, die du hinter mir zu fließen. Sorry. Ich hasse ihn langsam. Ich hasse ihn langsam. Ich hasse mich auch. Das haben wir ja schon mal zwei. Das ist schon mal gut. Ja. Ich glaube auch alle anderen. Hier liegt Essen drauf. Ja. Wo? Auch wenn's verkohlt ist. Ich ess trotzdem. Hab du doch gesagt, da ist Essen drauf. Ah ja. Ist verbrannt. Ich hab kaum was gebracht. Dafür kann ich nix. Will ich einmal schlafen? Warte ganz kurz. Warte ganz 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 kurz. Ich will mal ganz kurz was trinken. Oder ich möchte mal... ganz kurz was trinken. Ja, mach ich halt getan ab. Das ist auch was getrunken. Richtig. Richtige. So. Ich mach Essen. Warte. Ich sollte aber glaube ich was haben. Los. Mach Essen. Ich hab noch so viel getrocknetes Fleisch in meinen Inventaren. Unglaublich. Da läuft Bambi durchs Gebälk. Hier sieht's aus. Das ist keine schöne Basis. Doch. Super. Nein. Wie? Was meinst du denn? Das Lager... Oh ja. Oh ja. Du hast jetzt noch was drauf geworfen. Nö. Doch, da ist noch was drauf. Ich weiß, ich hab vier Sachen drauf geworfen. Oh scheiße. Ich hab Gebäudeschaun an. Dann nehme ich das nach. Dann stopp ich mir das noch in der Binde. Aufschrauben. Hoho. Pfff. Hallo? Jetzt nimm mir kurz hier die Wandskoppe zu machen. Oder? Dam, 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 dam. Die hier die Zerderporte. Ja. Moment. Die Zerderporte. Ja. Na. Der kann aufpassen. Bitte. Da. Hier ist die Szene, oder? Oh, 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 genug, 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 nicht so viel, nicht so viel einkrachen los. So, ich möchte gerne das Lager bis hier hin, also genau so von, wie, wie. Ja, mach es, mach es, mach es. Ich gehe mal nach den Kanin, ob da Kaninchen vielleicht in die Falle gegangen sind. Ich zerschepper hier mal alles, ja, also alles von Lager, weil ich hab was vor. Toll. Ja, okay, mach das. Also hier konnte... Soll ich grad gehen gehen? Nein, ich wollte nicht. Okay. Okay. Ich, ich baue. Ach so. Ob der Baumeister mal wieder. Also nix neues. Hier ist ein Stein im Weg. Ja, ist doch scheiß auf den Stein, den braucht doch keiner. Ne, der ist im Weg im Lager. Jo. Ist das jetzt so schlimm? Ja? Wenn du herkommst, siehst du, was ich meine. Ja, ich weiß, ich hab den, ich weiß, welchen du meinst. Auch nicht. Ach, Mann. Ich meißel den. Dumm. Okay. Ach, da bist du. Ne, den Stein doch. Ja, ich weiß nicht, was du die Steine meinst. Das ist mir bewusst. Oder sollen wir das Lager hier komplett einmal wegmachen und woanders hin machen? Komplett. Nö. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass das unser Lager hier, also unser richtiges Ursprungslager, dass das ein bisschen mehr Platz ist, weil du kannst ja kaum einen Schritt machen. Ähm. Lock die Gegner hier weg, ich hab Gebäudeschan an. Ich mach es einfach kurz aus, bis die tot sind. Los, komm her. Der ist jetzt gerade in unsere Hütte gegangen. Oh. Oh, nicht mithauen. Warte, dann geh ich denn da hinten kloppen. Komm her. Ja, hör auf zu brüllen. Komm her. Ich kämpfe gegen... Scheiß. Ich bekomme grad echt nichts auf die Kette. Ich bekomme grad echt nichts auf die Kette. Halt die Backen da oben. Alter! In welchem Wald? Von was für einem Wald redest du? Achso. Das ist vollkommen. Nicht ihn schlagen lassen. Ich hab Gebäude, ich schaue ihn wieder an. Okay. Ich hab Gebäude, ich schaue ihn wieder an. Heyaaham. Tu mir mal gefallen. Ja. Mach mir diese Wände hier kaputt. Welche? Also das Tor und die Wände vom Lager. Ich mach einmal komplett Basisgrößer. Da wo du jetzt stehst, ja? Warte. Ja, alles hier. Diese Wände hier. Auch das hier. Hier hinten. Also auch das hier und alles so. Mal aufpassen dadurch, dass du hier das Trinken kannst, oder was? Ich höre ein Kannibalen. Okay. K... Ich muss ja immer kurz rumrennen und die Basis reparieren, ich hab ihn ein bisschen gehauen. Kann man die eigentlich noch mal nehmen, ne? Hier wollen wir vielleicht erstmal das Grundgerüst machen, bevor wir hier alles niederklappen. Äh, stopp. Äh, Mutant. Verlappen das andere. Wo bist denn du? Ja, ich bin auch im Lager, die war noch nicht in der Nähe. Also, ein kleines bisschen in der Nähe, aber nicht so viel. Wo darf ich schon mal ansetzen? Hier, kaputt machen. Bitte. Danke. Ja, dieses kleine Stückchen auch noch. Und hier dieses kleine Stückchen auch, das Ende und so. Das hier auch? Hier? Mhm. Mhm. Ich mach das Lager ein ganzes Stückchen größer. Also nicht so ein kleines Stück. Ein ganzes Stück. Das heißt, auch der Tisch hier einmal komplett. Unser schöner Tisch? Kann ich wieder neu bauen. Nur diese Wand bleibt hier, weil das zäunt Essen ab. Ich geh mal kurz gucken, wie es aussieht mit dem Mutanten da vorne. Ja, bitte. Seh ich nicht mehr, anscheinend. So, bei mir gibt's das... Ne, das hier auch noch, die Wand hier, das Stück. Die ja auch noch? Oh Gott. Mhm. Ich mach kurz hier einmal den Wagen kaputt. Gut. Ich hab den da auch kaputt machen. Was? Achso. Hä? Der ist halt halt so ein alter Mann, ey. Kurz warten. Oh. 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 Until that way. Aufpassen, das Bild. Krieg man den... Krieg man den... Click man den Wagen echt nicht kaputt? Na. Wer hat denn da ziehe so reingepackt? keine ahnung das weiß ich glaube der andere wagen hat den hoch geworfen das ist passiert ich muss das ganz schnell ausmachen ich habe mutanten gestopfen ok ja ich will nicht dass sie uns sehen also ja du weißt schon wohin da nicht anschließen müssen doch wo sie mal hinsetzen du stehst weg verkehrt das nicht oh gott okay alles klar licht die klappe Was machst du da? Ich kann nicht lang so sinken. So, okay. Wo ist denn der Mutant? Hörst du den noch? Ich hör den nicht. Das sieht kün aus. Guck dir raus. Dann steck doch mal diese Scheiße. Das ist weg. Ich hör den nicht. Ich bin nicht nur noch ein paar Kurmeister. Haha. Ich schon. Hä? Geh mal da in diese Richtung. Da wo ich ihn ziele. Da. Ach da hinten? Oder auch sogar zwei? Na komm. Du siehst die? Aber ich seh die auch. Ja, ich seh die sogar. Das war Thrombosen Jonas und Kaloppelhaar. Äh, und Muschi Klaus. Hm. Wehe, du schießt mich jetzt an. Überleg dir was du tust. Ich seh das, was du da unten machst. Ich hab getroffen. Nee, hast du nicht. Hä, bei mir hast du voll gezuckt. Ja, weil ich mich voll erschrocken hab. Hä? Haben unsere Feinde sich in der Luft getroffen? Was? Die sind manchmal einfach mitten in der Luft geblieben. Alter, was? ein bisschen pvp hier ne ich könnte pvp damage anmachen nein ja nein 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 kann ich ja wunder eigentlich ausbauen würde gerne das dran haben hörst du die höchste verein zufällig ich hör die nicht hast du seile ja drei stück ja komm mal her ich brauch drei bitte oh gott ja dankjoo najo möchtest du einen getrockneten hasen hast du auch was anderes da rein zu sein ja ein lizard ein lurch oh ich nehme ein lurch wo bist du äh hier hab sie fein gelassen ich kann dir noch einen lurch anbieten ne einer reicht ich kann ihm zuschlagen au au sorry ich wurde von einem schwanz geschlagen äh schwanz naja 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 stop was ist denn das also ja ich sehe sie sogar ich lag sie immer zu anderen richten ne ich versuche es zu allem ok lass uns einfach da weg gehen ja wo wollen wir denn hin aufs hausboot aufs hausboot mi ich nicht nicht auf ich bin ich bin ich bin ich bin zum Großmutter. 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 Das war alles wie ein Buch, ey. Ich möchte eine Bank. Ich möchte genau deine Bank. Eine Bank, die ist krank. Kannst du den Stamm wegnehmen? Okay, geht nicht. Schade. Dann machen wir eine... Wie das? Ich will irgendwas hier reinbauen. Oh. Ähm. Ähm. Oh. Blomm. Das hat gewählt, ne, ne? Ich hab's gehört. Das hat ja gewählt. Ich hab's vom Dach oben runtergefallen. Warte. Warte. Hier, wir müssen mal was tun jetzt langsam wegen hier. Sag mal, kriegst du denn... Hallo? Kriegst du denn hier kein Feuer mal hingezimmert? Nee. Also ich hab' Feuer nicht versucht. Doch? Ja, ich hab' Feuer nicht versucht. Ich hab' Lampe versucht. Ja. Ja. Ja, dann hier. Ich geh' auf dem Dach. Dankeschön. Guck, ich geh' auf dem... Ich geh' auf dem Dach, warte. Ich bin auf dem Dach. Siehst du meinen Speer durch die Bude stecken? Au. Nicht dein Ernst. Hallo. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Haha. Iiiiih. Stonk. Stonk. Ich jag dich. Hallo? Ähm, warte mal, was? Das Feuer verschwindet wieder, das mit Steinrad bleibt und... Hallo. Hallo, Pivot. Pivot. Da ist Muschi, Klaus und... Galoppelhans. Ähm. Hi. Tschüss. Warte, warte, warte. Oh. Oh. Ähm. Der ist erst offen. Nee. Der, 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 der Dings ist weg. Der ist erst offen. Der liegt hier. Nee, das mein' ich nicht. Hier, ich treff' die olle Zipper nicht. Ich geh' sie doch mal. Ich... Ich hör' Baby's Matsche. Ja, ich seh' sie. Hallo, Sivo. Na, bist aber schnell wieder zurück. Nee, die geht weg. 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 Wo sind die Asen, weil er... Bin ich blind? Tada. Nee, der macht das Feuer ja nicht an. Ach, egal. Also, ich fand das jetzt... Das war's jetzt schnell wieder da. Hier, wir müssen jetzt... Wir sprinten jetzt zu unserem Baumhaus und schlafen da, okay? Emo. Wir sprinten jetzt zu unserem Baumhaus. Ja. Sind schon da. Und schlafen dort. Bin schon angekommen. Was ich jetzt aber mal gucken muss... Ich will hier hoch! Was? Ist eine bestimmte Person live? Nein. Nicht diese. Was? Nein, kann man auch nicht. Weil... Okay. Warte mal. Finde... Ach, genau. Ich will schlafen, ich erfriere. Bitte. Huh! Äh! Also, für mich warst du wirklich nur gefühlt fünf Minuten weg. Divo. Gefühlt. Ich hab nicht auf Divo geguckt. Okay, denkst du Bambi überlebt einen Crossballschuss in den Kopf? Bei dir vielleicht... Bambi überlebt keinen Crossballschuss in den Kopf. Mythbusters. Wer kennt Mythbusters? Ja, ein bisschen. Da. Weg von euch kennt Mythbusters. Ja, ein bisschen. Ja. Wir müssen uns mal mit der Mauer beeilen, damit wir das dann wenigstens heute wegkriegen. Ah, ja. Ist das lang genug? Ja, das ist lang genug. Weil wir das Lager mit... Das Lager mit... Das... Das hier mit rein? Ja. Ne, ne, das Bild kommt auch weg. Da ist was im Weg. Dieser... Kannst du dieses Ding hier entfernen? Den Baumstumpf? Den Baumstumpf? Den Baumstumpf? Ja. Das ist perfekt. Also kann man es so lassen, ja? Kann man es jetzt bauen. Ja. Ich kämpfe jetzt nur noch mit Armbrust und ähm... Axt. Und das macht Spaß. Baum fällt... In deine Richtung. Ne, doch nicht. Oder... Ne, doch nicht. Ich fälle. Du packst rein. Oder... Machen wir beide eins. Ich fälle auch. Ich fälle auch. Aber ich gebe es immer zu uns hin. Bei uns hin. Okay. Ja, ich konzentriere mich einfach nur auf das Fällen, okay? Okay. Ich fälle auch. Das heißt, du müsstest manchmal... Also könntest manchmal zu mir... ...kommen... ...und äh... ... äh... ... die Bombenstimm einsammeln. Ja. Hmm... Mutanten! Nicht schon wieder, oder? Hm. Ja doch, ich höre sie. so wirst du bist du wieder am lager ja vor der basis doch kommt von dem nämlich auch baum stämmer noch dass wir nehmen die mutanten und schieben sie woanders also jetzt wer ist von vorteil ja doch mal den letzten noch mal gemacht hausboot siehst du die nach oben nicht ich bin direkt vor mir hier ja ja ein bisschen ach die kannst du durchstechen immer den sperr verbessert ihn mit drei knochen und drei stoff kann ich nicht an der stadt habe ich mich noch einmal schlägt alter ich verbrenne ich sehe mir aber haben wir mit dem bauen Sag das nicht mir, sag das den Kannibalen, die nerven. Guck dir die Arbeit an, die ich hier gemacht habe. Willst du einen Hinterausgang bei der Basis? Ja, nein? Also, ich brauche keinen. Brauchst du einen? Also, ja. Fällt zum Vorteil. So weg, dann. Na dann, let's go. Okay. Jetzt machen wir wieder Gebäudeschan an, aufpassen. Mich macht das Bild kaputt. Das können wir doch dann machen, wenn die drauf gebaut ist. Gerade ist ein Bambi mir vor die Axt gelaufen. Was? Ich bin super lustig, ja ich seh's. Ich hab weiter drauf gestanden. Stimmt, lichty, danke. Ich war auch grad verhungern und verdursten. Kannst du mal bitte herkommen mit zwei Stöckern, ich mach Essen. Warte, warte, warte. Es tut mir wirklich richtig weh beim Aufmachen, ey. Aua. Hm. Ähm, wo bist du? Ach, da bist du. Ah, meine Freundin, eine gute Freundin ist halt leicht. Ist da lurken eigentlich. Äh, die kennst du, was sie jetzt schämt. Ich mach leichter. Ich brauch nicht, alles gut, ich hab... Ich hab's dran nicht. Ah, mein Kraft. O, mein Kraft. Ah, nee, keine Lust. Ich hab's zu baul. Oh, Minecraft lieg ich nicht. Äh, crazy, warum bist du glücklich? Was ist los? Warum bist du glücklich? Das ist eigentlich was Gutes. Essen ist fertig. Na, du kannst essen. Ich hab gesagt, ich brauch nicht. Egal, ess trotzdem. Ich hab's schon. Na gut. einfach ein stopfen wie diese wettesser kennst du kannst du ja einfach rein ich bin mir schlecht wenn ich sowas sehe meine werden gestampelt aber es kann sein kann die bahn wirst du ärger kommen ihr wollt ihr ärger kommt ja ich will auch du auch kenne ich nichts mittlerweile du haben dynamit du haben ja ich habe kein dynamit mann du musst damit haben eigentlich nein nein und nämlich dann müsste eigentlich weil wir ja in der höhlenachs waren der axt hölle waren kannst du auch ein silbertablett neben den steinen oder ja immer das silbertablett kombiniert mit einem dynamit und gibt es so gibt es nämlich sachen vielen dank ich gehe mal kurz aus die luft rein weil sie sterben nicht trauern er ist doch noch so jung ja ich springe jetzt ist ein paar bäume in die luft ich habe so eine gute quelle gefunden und paar bäume stehen und so ein paar ich glaube sieben bäume in einem kreis mit einem dynamit möchtest du zu mir kommen und den wagen mitbringen ich hab ein bisschen was kaputt gemacht ein bisschen was aber ja ein bisschen komm mal mit zu mir wo ist denn der wagen ähm direkt eigentlich einer müsste neben dir oder hinter dir sein warte kurz hier ist ein bäumchen er da ist er eieiei was ich schon wieder gemacht hab ey massenstörungen nicht nur eine explosion ey gute freunde wir sind unterwegs so viele bäume umgekippt das ist unglaublich ist manche schon despawned und also komm ich glaube manches ist tatsächlich schon despawned weil es so viel lag wir sind durch wir sind durch hier hier komm mal her bitteschön den kannst du voll machen ich statt mit den anderen schonmal gibst du mir noch ein dynamit bevor du gehst ja dankeschön und schnell weg ich suche nur eine gute stelle na komm also ein hobby die dritte 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 werden davon die mutanten angelockt eigentlich was wäre wenn dann hasse ich dich mein sport du sagst ich so oder so darklight 412 aua vielen dank für dein voller oa warum aua weil ich grad in dein feuer reingerast bin warum mein feuer vor allem darklight vielen vielen dank für deinen follow vielen vielen dank ich hab 383 fehler und ähm ja soweit ganz gut und dir hallo ich bin der komische der bombenleger hier ich bin der bombenpfleger ich bin der bombenpfleger der was der bombenpfleger oh gott kenny bei wem ich streame äh ich warte ich kann shoutout geben was hi kevin was kenny nicht kevin er hat kevin gesagt geschrieben er ist kevin wem ich nicht wem ich nicht darklight hat er heil kevin geschrieben nein ich wollte nicht dich shoutout oh mein gott jetzt hab ich den shoutout gegeben hi jetzt bin ich verwirrt s o et ähm wir laufen gerade in 5er ach so kevin der bombenliga okay ähm da liegt grad eine ganze gruppe voll mit betracht küschen geben pass auf dass du nicht auf dem sofa landest ähhh ich hoffe du kennst die einspielung nein ich glaub ich will doch gar nicht was war das denn jetzt du hast du noch ein paar baumstelle von mir hier ist absolut keine gute stelle wo ich das machen hätte machen können oh gott moment danke kenny place von mir aber die konkurrenten die alle auf dem heuer nicht alle kennen ihr auf jeden Fall kennen die komponiert was du ach so ich habe durfte deswegen bin ich schaden alter Wurdest du nicht darauf hingewiesen, was zu trinken? Hallo Max! Na? Wenn ich mal streamen heute so aktiv... Was, Jupp? Komm gerade vom besten Streamer auf Twitch. Ähm, Kenny, du brauchst dich nicht bei ihm einschleimen. Das Ego ist eh schon viel zu groß. Hä? Wow. Was? Wow. Ja. Hi. Wie findest du Baumphane? Ganz geil, ne? Bambi? Bambi? Bambi ist gerade an mir vorbeigerannt. Ähm. Aber Emo ist super. Gut, er ist super, aber das Ego ist eh schon sehr, sehr hoch. Sehr Ego. Ähm. Genau das Ego. Was darf ich mit rein ins Irrenhaus? Ähm. Wie, was? Ähm. Darklight fragt gerade, ob er mit ins Irrenhaus darf. Ähm. 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 Du wurdest gefragt, nicht ich. Mit meiner Entschuldigung. Das ist dein... Das ist deine Map. Stimmt. Das ist deine Map. Wenn er... Wenn er meinen PSN-Name herausfinden kann, ohne Hilfe, gerne. Ähm. 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 Wer hat dich gerade gefragt? Moment. Ähm. Äh. Darklight. Ähm. Hast du gerade gehört, was... 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 Ähm. Emo gesagt hat? Kannst du nicht mal sagen? Mein... User ist ja halt Emo hier. Auf dieser... App. Genau. Und ähm. Ähm. Sobald ich dann eine Nachricht sehe, lass ich dich auf die Note gerne. Warum nicht? Also ich bin ja der Nächsten. Mach einfach nur kein falsches Vorhalten. Also von mir aus okay, aber wie gesagt, da musst du erstmal reinkommen. Und Kenny... Jetzt ist aber die Frage, was muss er kompensieren? Jetzt ist die Frage, was muss er kompensieren? Was heißt kompensieren? Äh. Deutschkenntnisse. Dass du irgendwas von dem zu wenig hast, dafür aber so ein übergroßes Ego hast. Hehehe. Was für Ego? Ist dir das Ego, was du hier hast? Ich hab kein Ego. Nein. Überhaupt nicht. Haben wir noch nicht. Puh. Aiwo. Guckt aufs Handy und erwartet Nachrichten. Tobias, meine deutsche Skills sind so schlecht, ich weiß nicht mal was Ego heißt. Also so ist es nicht. Ja, das hat grad gesagt, von dem hast du zu wenig dafür von deinem Ego zu... Dankeschön. Äh. Heik? War das richtig ausgesprochen? Tut mir leid, ich hab's nicht so mit Namen. Alle... Ich misshandel den Namen gerne. Alle nur neidisch auf sein Ego. Genau, Crazy. So. Emo Big Ego Mond. Okay. Okay. Direkt schon. Direkt schon. Direkt schon. Direkt schon. Wir kommen bei den Mond-Dämonen. Bei den Mond-Dämonen. Bei den Mond-Dämonen. Bei den Mond-Dämonen. Ein. Bei mir kannst du nicht viel erwarten außer zweideutiges Denken und viel Chaos. Was? Das stimmt gar nicht. Was? Ah, hi. Kann ich mal. So, noch 15 Baumstämmer, dann haben wir fertig. Wenn du mich schlägst, dann tust es härter. Was? Jetzt geht das. Ah, okay. 5 auf einmal. Ich hab was Falsches gesagt. Mami. Mami. Ihhh, was zackeln denen? Uh. Das mag ich nicht. Uh. Geh weg von mir. Schnetzeln. Aua. Ab ins Wasser. Genau. Ich hab grad meine Hälfte meiner Mutantenrüssel verloren. Ist ja schön. So, du machst es mal. Ja, hallo? Hm? Komm doch einfach ins Wasser. Du bist so ein richtiger Penner, ey. Ich hab nur aufs Chat gehört. Ach so, ich hab mir grad Eis gekauft und werde es jetzt gleich richtig... Was denn für ein Eis? Also ich glaube niemand muss... Ja komm her, wenn du was auf den Osten wachst. Äh, die Map ist neu. Die ist erst 2 Tage alt. Wir sind bei Tag... 20 müssten wir jetzt sein, ja. Gucken wie viele Tage wir machen, bevor wir durchgehen. Kann der Typ die Schnauze halten? Nein. Nein. Der Typ macht mich aggressiv. Wollen wir beide die gleiche Idee? Wiss ich auch nicht. In den Nippel. In die Brust. Hell yeah! Scheiße. Magnum Double... Alter! Crazy! Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst. Rück das Eis raus. Was? Was ist das denn? Magnum Double White Chocolate and Cookies. Das ist mein absolutes Lieblings-Lieblings-Eis. Oh mein... Ich hab kein Lieblings-Eis. Ich ess einfach nur... Wo bist denn du jetzt? Doch, ich hab ein Lieblings-Eis. Da übrigens... Da kommt... Da sucht dich jemand. Auf die Frage... Auf die Frage, wo bist du, kann ich nicht gut drauf antworten. Das weißt du. Ja, ich hab' gesucht. Ja, schön. Ich weiß, ich hab' viele Fans. Was? Nein, da ist eine... Eine Frau läuft dir grad hinterher. Ohhhh! Wo denn? Ach, hi! Na? Bisschen krassig? Du nicht! Mobsters Magnum. Ziehleine. Ich liebe das Eis auch. Über... Über alles. Ach so. Aui, aui, aui. Die Weiber, die wollen was von dir. Ich weiß, ich bin heiß. Ähm... Was hast du jetzt gesagt? Geh' ausm Weg! Du stehst doch im Weg, du dickes Ding, hätt' ich beinahe gesagt. Aua! Ich hab' dich in den Stock geschlagen, übertreib' mich! Hau ab jetzt! Hau ab jetzt! Okay. Nee, 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 nicht das Urlaub, das brauchen wir noch. Ich hab' den Mutanten, äh, ganz links bei unserem Wagen. Aua! Voll in... Fallen voll in die Eier! Willst du brennen? Nein, bitte nicht! Hau ab jetzt! Voll in die Eier! Yum! Ich trinke dich! Voll in die Eier! Hä? Oh Gott! Alter, crazy! Crazy, du Arsch! Ich trinke dich! Ich hab' dir voll... Ich hab' dir voll in die Eier geschossen! Oh, stimmt! Was denn? Nein! Oh! Nein! Geh' weg! Guck mal, sie's realisiert! Das ist einfach ne Wunderkerze! Da passiert sowieso nie so ne Handhalte! Ach so! Ich... Jetzt steck' ich's einfach weg! Da passiert sowieso nicht so ne Handhalte! Das ist ja absolut nie... Ich werfe's! Okay! Aua! 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 Mann! Ich hab' mich anzuschießen! Witze! Ich hab' nur noch ein Rüstungsteil! Was denn? Das musste das linke... Das linke Ei hab' ich getroffen! Das musste halt auch das rechte Ei! Ja... Ich hör' dir gleich ne... Ich steck' dir gleich ne dümme Milchstange in den... Dann! Nee! Also einfach arbeiten mit Profis! Hallo! Hallo! Ich... Ich muss rein! Ich krieg' hier grad Erfrierungsbrand! Mann, geh' weg jetzt! Geht das Feuer bei dir? Bei mir geht das Feuer nicht! Mach' mal bitte vollfeuern! Ich... Ich krieg' das Feuer nicht an! Halt die gerne da drüben! Das war doch keine Wunderkerte! Alter... Ach stimmt, ich hätte den... Den Stab ja auch an... Hast du noch ein Dynamit für mich? Nein! Nein, es gibt kein Eis im Spiellicht, die... Eis? Oh... Doch! Kann die Ballen Eis! Ich kann's grad nicht nehmen, oder? Nein! Ich hab' noch zwei! Willst du die anderen auch noch haben? Warum nicht? Ja... Gerne! Eh! Hier! Also... Crazy... Naja, du bist echt fies! Ja... Was war das denn jetzt? Ähm... Hier müssten mal... Diese Geräusche sind einfach nur lustig! Okay, sollte aber auch mal auf meine Stats gucken! Oh! Oh! Infiziert und krank! Ja, ja... Super lustig! Oh, siehst du? Genau! Okay, ich bin wieder gesund! Ah! Ihhh! Alter! Ihhh! Geht's! Alter, geh weg jetzt! Das ist so eklig! Geh weg! Ich find... Ähm... Ich meine... Bitte, keine Andernsprachigen! Wo ist mein Moderator? Hallo! Ah... Alter, war das eklig! Gehst du mal bitte mit deinem Kopf auf meinen Buchsacken! Okay, warte... Alter, du bist so bärstig! Ja, ich... Hau dich jetzt im Stock! Jo, Max! Verlegst dir! Ich beiße! Ähm... Was? Okay, ähm... Also, du magst... Alles klar, Quasi! Danke, dass es da war! Alles klar, Quasi! Ähm... Einen schönen Abend noch! Und lass dich nicht stressen! Hier wird über den Shatter grad geschrieben, die... 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 Ja, ich weiß nicht, du hast es jetzt übersetzt, so aus Juxendollerei! Sondern hast... Erstmal Brost hier! Kann meinen Wein nicht lange stehen lassen! Äh... Was musst du kompensieren? Was musst du zum Teufel kompensieren? Hier liegt die... Sag mal bitte, Rubina, dass Bingo gleich anfängt! Bingo? Könnt ihr Pokern? Ich kann nicht pokern! Nein? Nein! Warum? Warum sollte ich pokern können? Weil... Ja... Ich kann kein pokern! Und du gewinnen kannst? Ich kann kein pokern! Ich... Ähm... Ich kann leider... Ich kann leider nur mit... Ähm... Unos... Mit Uno... Ähm... Und Rommi... Und... Ih, was schon... Ach, das ist ein Fisch! Okay, komm! Schnapp in den Wagen! Ne, ich vergiss es, dass ich jetzt hier rausgehe! Hier ist keiner mehr! Gehustet! Äh... Hi! Lackte Frau! Soviel zum Thema! Hier ist keine! Aui! Aui! Es liegt! Das ist unversichtbar! Was sind die? Ach, du machst das schon mit ihr! Ach, das sind sogar zwei Weiber! Oh ja! Die Threesome! Von der guten alten 3. Dann wär ich doch offen! Also ich bin dann mal weg! Meine ist tot hier! Ich bin dann mal weg! Schmiau! Ne, vergiss es! Wow! das war zwei stücke jetzt ernsthaft jetzt das alles zwei stücke oder zwei stämme zwei stämme zwei stück habe ich gesagt ich habe bestimmt zwei stücke ja der eine wagen ist noch hier damit kann man das ist damit da kann man das andere lager hallo naja ich hätte auch ja wenn wir basis ich krieg mein übergroßes ego da nicht rein was denn was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht mein ego ist nicht groß ich habe gesagt ich krieg mein übergroßes ego da nicht rein ich weiß dass du es anspielen wollte ich doch nur ärgern ich speichere jetzt und gehe higher machen so naja ich habe gedacht du wolltest du sagst jetzt ich speichere jetzt und gehe offline nein ich habe schon wieder anrufe was hast du schon wieder anrufe ich bin einfach sofort ans telefon zu können also wärst du jemals in einer geisel situation und du willst anrufe kommen und mich anrufen also du bist tot ich würde absolut nicht dran gehen nein ich sage alles was ich sage wurde gegen mich verwendet durchaus ok also jetzt essen drauf ich habe ich habe vor ich habe vor jetzt gefressen na das war ja sehr gut von dir dankeschön so was machen wir jetzt hier zeige ich dir was oder das war ja ich bin da willst du jetzt hier ein auf outlast zwei machen oder was da kleid hatte ich wirklich gefunden ja da kann hat sich jetzt wirklich die auf die mühe gemacht und sich zu finden ob ich einen auf all das machen will ich bin jetzt ab sofort priester er hat dc dark angel geschrieben ich bin präzter ab sofort hallo du musst jetzt eine anfrage er hat sich jetzt ernsthaft die mühe gemacht ich habe einen neuen follower genau genau da glatt genau mit mir ruhig seine freundschaft auf eine frage senden können also kann er mir ruhig senden jetzt da bleibt du kannst nur ruhig eine freundschaft auf eine frage schicken er nimmt sie an also die kirche wo sollen wir die hinbauen die lok gegner und das sage ich so warum wenn wir über warum bis überhaupt die kirche bauen um das heilige pico zu verehren ich finde es gut von dir das bin ich bin pico gläubig warum klang das ist sehr nach sarkasmus wenn ich alles was ich sage klingt nach sarkasmus wieso das klingt nach sarkasmus ich so nein ich meine werben gar nichtOSHKlidon gar nicht bitte weil ich bin ich bin immer climbing ich bin zwei zwei h lachen ja, aber die wird's mobben. Beide schlimm genug. Ist die F.A. jetzt da? Nein, noch nicht. Ich hab meine Musik auf. Wait, DC Dark Angel? Ich kenne die Person. Ich hatte die nie als Freund, aber ich kenne die Person. Ich hab die schon in manchen Spielen gesehen. Alter, der Name kommt sehr fremd bekannt. Äh, es gibt ja auch wahrscheinlich... Nein, man kann jeden Namen nur einmal benutzen. Hm. Ah, vor der Frage. Geh von dem... Geh von dem... Geh von dem... Nein, nimm gleich die Frage an. Pssst, sehr ruhig. Bitte. Danke. Er hat, er hat, er hat dich. Et to friends. Äh, ja, jetzt muss ich nur zu Gott sagen. So, was machen wir jetzt mit dem Wagen? Was? Wo? Äh, ja, Baumstämme. Erstmal hat das Kreuz da drin, würde ich sagen, und dann an die Kirche. Oder erste Kirche. Lass uns die erste Kirche machen. Soll ich das Kreuz nicht zu der Kirche packen? Ja, das wäre besser. ähm ... Sekunde, ich lag mal zum Partner. Naja, da dass Mutant blnadenlandsِّ Jetzt? Hmm, okay. Äh ... mutant. Ja, dann ins Bett! mach zu mach zu die bitch wo hast du denn dann? ich will den gar nicht wenn du hier stehst wo ich stehe genau hier dann ist der da diese Richtung ich hatte sogar Spinnengeräusche doch jetzt ich frage mal ganz offen wie möchtest du genannt werden? dark oder dark light? wie? ich habe es nicht verstanden Tony? Tony Tony, okay ich heiße überall gleich also wie kommst du da hoch? ich möchte auch hochkommen ähm ich zetter das Worm auch hoch und hüpfe auf die Mauer ach, ja genau ich Tony, tatsächlich kenne ich deinen Name mhm, ich habe dich schon in manchen Spielen gesehen in welchen weiß ich nicht mehr aber ich kenne deinen Name oh oh, ich habe Scheiße gebaut ich bin unten ja, ich kann nur weg ran ich weiß nicht, ich kann ja mal meine alte ähm ähm alten Game-Attack sagen jemals von Ghost Dragon gehört? nein, äh, ich habe kein Alkohol auf jeden Fall, ich kenne deinen Name schauen zwischendurch mal irgendwo gesehen ja, ich danke auf jeden Fall ich habe gesagt die Anfeindungen ich habe die Anfeindungen oder ich habe zudem BV ist die Sonne Boah alter Wie ist die Uhr? Ich hab'n Mond als Kaffeele Falls tut das nice Ja Ne Dynamit verwende ich für die nicht Schöne ich hab' schon Musikklaute schon tot Ich mach' die Bär der Variante Äh Trombosen Jonas Entschuldigung Ja und die Frau hier Äh bei mir im Chat Auf Twitch kommt manchmal links rein Schäfer Uwa Ja Wie hä? Warte ich kann kurz bei den Meli einmal im Chat schreiben Wenn das hilft Jaja Aua Oh alter haut der mir eine runter Ah Ja natürlich mach du noch das Tor zu Der haut mir eine runter Habe ich gesagt Ja Hast du auch grad verstanden der holt mir eine runter? Der holt mir eine runter Der holt mir eine runter Ja hier Ich mach' nochmal High Äh ich kann Heu schreien High geht nicht Spam-Schutz Eklavt Hab' ich gedacht auch glaub' ich Kann diese Spinne jetzt aufhören? Meine Aua Ich bin gleich tot Beglü- Beglü- Hier sag' mal was macht ihr eigentlich? Ich 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 werde hier Ich sperr' mich Ich werde hier Oho Oho ja ganz exakt ganz exakt ganz exakt Montgomery Unfall oo Auuuui wegge-treten Ich fühle Wie n Stück Mühe Ja das EVIL CHICKEN kommt da grad angedüst Ach der ist tot? Der zittert schon von deiner Ehrfurcht, siehst du das? Guck mal, der hat seine... Ih, das sieht ein bisschen pervers aus, wenn ich das mal so sagen darf. Alter, ist das eklig. Wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Ja, mir wurde im Chat geschrieben. Ja. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder mein Ding ersetzen. So, wir fangen... Ihr wolltet auf die Kirche anfangen, richtig? Ähm... Ähm... Ja, wir wollten auf die Kirche anfangen, bevor du... Bevor es hier gerade losging. Wo sind die andere? Ich will den halten. Ich hab nicht genießt. Ich hab nicht genießt, nein. Das klang kraft, aber... Darf ich? Du? Ah, fein. Wo sind die andere? Ich will den halten. Keine Ahnung. Ist bei mir ein kleiner Fuster. Weil ich was... Ja. Weißt du, die Frau... Oha! Die Frau geht arbeiten und die Männer machen hier sonst irgendwas. Natürlich! Ähm... Ich würde jetzt gerne was sagen, aber ich... Ich glaub, das ist nicht... ...mitschweinlich. Nein, ist es auch nicht. Also halt die Backen. Waffel. Momo? Momo? Äh? Momo? 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 Momo ist auch ein Spitzhammer von mir. Sack! Geht auch! Was? Halt die Klappe! Geht weg! Nein! Hehehe! Warum nicht? Warum nicht so? Sorgen! Da kannst du doch auch schreiben! Hehehe! Halt! Halt! Ja, wenn ich dich abgeholt hab. Melly lurkt bei mir, also ich würde aufpassen. Melly ist bei mir im Chat, also ich würde aufpassen. Ach... Ach quaaaaaatsch! Niemaaals! Was? Wann? Ah ja, du warst schon mal bei mir. Oder nü? Ah ja, du hast mir schon mal geschrieben. Privatschat, ich hatte gerade keine Nachrichten bei mir. Wusstest du noch mal... Hehehe! Deshalb kommt mir dein Name auch bekannt vor. Ah... Jeden Scheiß vergisst du aber sowas nicht. Hehehehehe! Habisch! Tschüss, bye bye! Wir haben noch einen schönen Abend! Hi! Oh! Uh! Ja, ihr bringt uns aber nicht Kaloppel, Heinz, mit nach Hause, oder? Hä? Wie nennst du denn unsere Gäste? Ja, ich rede... Ich bin am Flugzeug! Ich rede von den Mutanten! Ja, ich habe keine gesehen. Ich will auch keine anfassen. Jaja, schon klar. Was? Was mit mir? Ne, ich lese Nachrichten, ich laufe. Da brauchst du keine Sorgen. Du brauchst keine Sorgen an. ... Ich laufe... ... ... ... ... ... ich brauche ein seil ich gehe mich erhängen ich kann mich auch erhängen sie wo bist du noch da bitte bitte ein vernünftiger noch hier bei mir der guckt bitte noch ein vernünftiger das reicht mir schon eins tue ich jetzt aber und zwar das ist gespeichert gleich alle einmal ich gebe mein ganzes inventar einmal hier unserem gast und bevor ich das mache speichert aber weil damit du damit dupliziere ich mit dem inventar und du hast waffen dann brauche ich nicht mit dir in die hülle rumrennen ja die lokt gegner und sehr viele deswegen kann ich auf einen anderen land nicht rausgehen aber ich habe hier meli welche meli habe beschützt mich also einmal alle herkunftsspeichern meli ja ich bin doch schon offen also einmal wieder alle sprüchen also ein bisschen länger hier oder ich kann noch ein baumhaus bauen muss die basis nur noch weiter erweitern also jetzt wirklich einmal ganzes inventar raus und danach musst du noch einmal dein inventar dann speichern ja lieber tony ja ich gebe es nur so das sind die basics so die guten waffen ich gebe dir jetzt keine schlechten waffen sondern da bin ich jetzt auch ich habe dann kommt so mal den kunst wer ist nicht mehr da kostet die anbrust weil sie lustig ist die ist lustig macht man die mit einem schiff bambi ich weiß kann ich ja aber ambos macht mir spaß kann ich auch mehr pfeile drauf kommen nein kann ich natürlich so achten ich mach das tor auf ich bin doch schon hier doch ist er war doch ist er aber ich kann dir keine tor ausrüstung ja hier doch ist er doch ist er kann ich auch nicht kombinieren bitte jetzt hör auf sein egos ist schon so weit oben es ist das gar nicht I don't know. Wow. Was? Einer verteidigt mich, der andere hatet mich, flamet mich, whatever. Hallo? Na, ich bin da, ich such grad die Baumstamme. Okay, jetzt einmal bitte speichern, dein Inventar. Und danach fliegt ihr einmal ganz kurz vorm Server. Was? Fertig gespeichert? Okay, exit to my menu. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, dann laufe ich einmal kurz durch die Ölen. Einmal sprinten. Ja, 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 ich bin grad das raus, was dauert nicht so. Vielleicht solltet ihr die Verbindung verlieren. Ah, nicht schon wieder. Ja. Ja, dann eh, dann verlass einmal. Ja, dann eh, dann verlass einmal. Mensch, acht voll nur online, Mensch. Das ist schon wieder der Knaller, so viele, ey. Dann müssen wir wieder raus aus dem Spiel und wieder rein in das Spiel. Bei mir ist grad nichts mehr los. Miau. Ähm. Alles klar. Was? Ich glaub, ich brauch die restliche Flasche Wein auch noch. Ich hole Zigarette. Hm? Dann geh eine rauf. Ja, ne? Alles klar. Aber sollte man nicht froh drüber sein. Na, ich seit, äh, fast ne Woche. Ich hab nicht gesagt, dass es schädlich ist. Ich hab nur gesagt, man sollte sich nicht drüber freuen, dass man raucht. Mensch, 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 Mensch. Ich auch. Stell dir vor. Depression, Stress, und die ganze Müll! Ach, ach. Oh, je, je, je. Divo, bitte sei noch da. Bitte sei noch da, bitte. Ich brauch'n Normalu. Gerade. Oder Lichti, bist du noch da? Das wär' natürlich auch toll. Hm? Was? Wie, was? Mee meh, M-E-S Ja, ich weiß aber woher Ok, ich hab meine Waffen btw noch Ach, Grille, Grille Ui ui Zu was? Wat? Ich fühl mich jetzt grad dezent veräppelt Ich hoffe, sie versteht's nicht Ich will's auch gar nicht verstehen, weil ich jetzt Ich bin die Wand Alles klar Alles klar Ähm, wow Huch Das war jetzt kacke Ui, fast 500 Federn Juhu Jaja, noch nie so viele Wab warst'n du da drinnen? Brauchst du Blazer, mein Freund? Blazer kann ich da gehen, ich hab... Boah Ja 1.300 Was denn? Uff, ich bin nicht so der Trickster hier in dem Game Ich hab 100... Ich hab 1.300 Ja Ja Ich renn mit dem Stock herum und schlag die Blätter Ja 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 Äh 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 Haa I see I see Mit Pfeilen? Äh Mit Pfeilen? Äh Äh Alter, ich glaub ich hab immer genug Pfeile Ich hab immer genug Pfeile Ja Okay, Melli, komm helfen Hm, noo, das ist gut Also soll ich nicht helfen Jetzt bekomm ich hier gemixte Signale Äh 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 Ja Dann Wie ist Es ist so laut Mh hm Ich auch hier wieder dunkles Weil 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 Mike Weil Weil ich habe keine lust zu kämpfen dass wir deine frau und natürlich wenn sie wieder zu mir nein nein und da sind mutter und das tor nicht schießen weil wir da am bus am besten nicht gegen mutter schießen ich hab keine kleine kleine was hat das? ja, die Tür aufmachen und Tür zu machen im staaarter na komm rein huiah miau aua aaaa 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 Ist das unten das Tor zu? Ja. Normal. Sie ist neu in diesem Game. Ich bin dran. Melly. Ich spiele das Spiel seit 3 Jahren. Ja. Deutsch! Bittesch! ja da wo bleibt ihr ich warte wo seid ihr überhaupt macht ihr und ich war ein bisschen meinen mal kurz wieder menschen wenn die keinen schritt weiter wow wassit warum? das explodiert nicht in der hand du magst es nicht mehr mit zu essen, Melli? nein danke das ist halt gerade in deinem Mund, von unten drinnen nein, nein, nein ja, warte, 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 es hat einen Grund ach, nicht dein Ernst jetzt nein, 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 hör zu, es hat einen Grund ich wollte das drehen, damit ich nicht immer im Wasser lande warte kurz aber, ja, verbrühe mich durch, wenn du dich besser fühlst mann, da waren doch da waren nicht der Baum der Baum wächst nach er macht, er macht scheiße und du verteidigst ihn, alles klar und was er richtig ist der Stecker ich sterbe nein, nein, nicht dieses sterbe, ich sterbe durch Kälte ich habe ich habe ich kann mir nein da hast du mich gerade gesehen, bevor du mich da runter geschnitten hast so und du Genie, jetzt mal ganz kurz eine Frage nein nein ja bitte der Baum wächst nach wie oft noch ah ich habe einen Grund, warum ich das gemacht habe ich würde das sonst nicht in dem Baumhaus werfen ok, reicht jetzt was aui au au sa ah ah danke, ich bin jetzt tot komm doch nochmal drauf bin ich meine ganze Rüstung ist jetzt runtergeklopft vielen Dank Ich geh dem meine da ne danke passt schon nimm bitte dir gerade Mutanten? oh leid weil wir geschafft haben seit der baumagie wieder da sein danach können kann ich das drehen danach fallen wir nicht mehr ins wasser und wir haben mehr möglichkeiten dann kann ich hier nämlich die türen hier zu machen wir sind damit wir sind damit ich erfriere Was ist das? Welche? Oh ja, das war ich super, der eine blockiert die andere, ich weiß, ich weiß. Das gehört alles zum Entfragen, keine Sorge, Alter. Kannst du einmal bitte da weggehen, Meli? Ich möchte die Büsche, ja. Dankeschön. Oh ja, das war's. Oh ja, das war's. Was ist das? ok wir können jetzt fast schlafen jetzt ja was hat das denn jetzt keine Ahnung, das hat abgebrochen so, kann man hier mal an, oder? Meli? Dankeschön! ach, warum ist jetzt wieder da? nein ja, ne es ist an dann müsste ich im laufenden Tageslicht jetzt hier respawnen hier, der Baum hier ist schon zum Beispiel gerespawned Meli? Meli? das ist jetzt eine Info, die ich haben wollte ja 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 naja komm, die haben mir schon auch die Dingern aufgebaut diese Markierungen von sich kann mein Charakter auch wenn sich selber ins Ohr zuhaken, das ist ja penetrant ja 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 Berli, warum redest du nicht mehr? Nein, ich krieg konzentriert dann. Ah. Warte. Warte, warte. Der Kontrolle ist schon wieder weg, ey. Wuh. Warte, warte. 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 Oh no! I know. I know. Aua. Oh, ich renne mit rauen Leben rum. Aua, aua, aua. Du schaust das, Merli. Klasse. Würde? Klasse. Ah ja, wir schalten Klappe. Aua. Aua. Aua, aua. Ich will nicht sagen, aber mein Leben ist nicht vorhanden. Au. Ja, geil. Aua. Hilfe. Gut. Ach, dankeschön. Äh, kein Problem. Bin ja aber auch fast tot. Brauchst du Tabletten? Nein, ich hab Feeling, aber ich halt mich grad einfach nicht. Aua. Aua. Benockt. Hehehe. Aua. Aua. Hehehe. Hehehe. Wohl dich. Fange. Kein Problem. Das ist eine Frau. Mal. Oh. 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 Niemand hat was gesehen. Oh. 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 gebaut werden muss. Achso, das genau. Da habe ich Hörnchen geküllt. Hier bei uns in der Base ist noch ein Baumstamm. Ich werde Bäume. Hi Lüchte, du bist ja doch noch da. Da ist noch ein Kannibar. Ich bin bei mir. Da sind zwei. Die werden verpurgelt. Gang bang. Hier sind drei. Ja, ich weiß, ich bin schmutzig. Die beiden sind echt immun gegen Baumstämme auf dem Kopf. Kirche ist fertig. Was? Ich mache jetzt dieses komische Gestell hier. Kirche ist blauer. Ah, meiner. Was? Ach Gott, da unten noch ein Feuer. Stimmt, da war das. Und riecht die bis jetzt sauber. Und riecht die bis jetzt sauber. Oh, kein Reh. Ja. Mann, ich habe meine ganzen Geldscheine verloren, ey. Oh, ich habe noch ein bisschen. 119. Kannst du mir einen Rehfel geben? Ein was? Ein Rehfel. Oder sowas wollen du. Naja. Ja. Danke. Äh. Hab ich es genommen? Ja. Ja, hab ich es. Ey. Was denn? Ich mache nur zu. Warum finde ich mich so klein? Warum? Was denn? Was denn? Was denn? Was meinte eigentlich im Spiel? Ich mache nur zu. Äh. Echt fühl ich mich auch klein. Warte! Was soll denn das jetzt leisen? Da. Was? 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 Guck ich habe was langes vor allem im Gesicht. Das ist noch das einzige lange wahrscheinlich. Ähm. Bis jetzt ja. Äh? ich werde über mein alter nicht halb psycho willkommen stream auch wenigstens einer der normales hier danke danke psycho psycho du kommst immer wie ich habe mein alter und schon erwähnt auch nicht im privaten tun wenn ich über den namen für zwei leute die man rechnen können wenn ich nicht gehöre dazu machen das war sarkasmus wenn ich das nicht hier bambi so ich habe hier ein kleines pfg gesehen was macht ihr da wie geht es denn Können wir sie? Gehen! Okay, hier kommt was. Oh Kannibale von der Tür, weil meine X-Tasse geht mir so oft die Nerven. Ich drück doch X, Junge! So, aber ich für meinen Teil höre für heute auf mit Streamen. Und mach das. Wie lange ist du mich jetzt? Jetzt kann ich hier nicht mal speichern. Warte, wir machen kurz ein kleines Minimum aus. Na, lass ein Festes machen. Was auch bleibt, ein bisschen. Rae, isst du jemanden? Ich? Nö. Nö? Nö. Ich such mir jemanden schon mal raus. Warte mal. Ist keiner da. Guck mal, ob die Person live ist, bei der ich Moderator bin. Ah, ich wollte nicht irgendeine Streamen machen. So. Ich hab gespeichert, dann bedanke ich mich schon mal an meine Zuschauer fürs Zuschauen. Und auch an Darklight und an Evo fürs Mitspielen. Bitteschön, immer wieder gern. Ja. Und dann mal gucken. Vielleicht morgen kommt mal von meiner Seite aus das bei der Leute. Haben wir schon lange nicht, hab ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Hm. Hm, hm. Emo, du musst ja auch nicht mitspielen. Hm? Du musst ja auch nicht mitspielen. Ähm. Also. Hm. Kann man machen, richtig. Wir können morgen nochmal separat spielen, wenn du möchtest. Ja. Ähm. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Erholt euch noch gut von dem Abend. Vom Tag vor allen Dingen auch. Und einen schönen Mittwochmorgen dann. Och too. Also, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.